Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Fortnite-Challenge. Zuerst möchte ich euch zwei kreative Jungs vorstellen, die am Werbe waren. Der ItzAim297 hat mit seinem Kumpel diese Arena gebaut, was ich echt cool finde. Wenn ihr auch sowas in der Art Verrücktes gebaut bzw. gemacht habt und wollt, dass ich es zeige, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare unter Hashtag FortniteWunder. Und ich werde bei euch vorbeischauen. Und mal schauen, vielleicht zeige ich es ja. Jetzt möchte ich einen netten Kommentar vorlesen. Proton M schreibt, ohne Scheiß, du hast echt Talent. Mach bloß weiter und lasse dich von niemandem runtermachen. Die sind nur neidisch. Keep it up, Bro. Danke auf jeden Fall dafür. Mir fehlen die Worte. So, jetzt zurück zur Challenge. Ich werde heute mit dem coolen BlackGamer16 versuchen, eine Fortnite-Challenge zu erfüllen. Schaut bitte bei ihm vorbei. Und wenn ihr schon mal dort seid, dann lasst ihm doch ein freundliches Abo da. Die Challenge heißt Kill auf dem Einkaufswagen. Wie der Titel schon erahnen lässt, müssen wir versuchen, auf einem Einkaufswagen ein Kill zu machen. Es wird richtig spannend. Bleibt dran, liebe Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ich bin sehr schön mit meinem Kostüm. Ah, raus springt. Nein, da ist ein Nose-Ginner neben mir. Hilf mir, ich habe Angst. Ich habe wirklich mit der Nose-Ginner-Taktik einen Sieg geholt. Okay. Das ist ja nichts Heftiges, wenn man Sieg holt, aber mit der Nose-Ginner-Taktik funktioniert einer wirklich. Ja, Nose-Ginner schützen die einen halt einfach nicht. Wirst du es nicht? Ja, wahrscheinlich habe ich die beste Waffe der ganzen Welt, einen Minigun. Was habe ich mit einem Minigun? Ich hasse die Waffe. Oh, hier ist ein Scan-Automaten. Okay, ich habe ein Jagdgewehr, das ist schon viel besser. Okay, ich habe ein Jagdgewehr. Ich habe ein Jagdgewehr, was wollt ihr alle von mir, ha? Ja, hier wird schon geschossen. Ich weiß nicht, wie Hobby-Los heutzutage die Menschenlein in den Fortnite sind. Wir sind doch ein Tomato. Hier ist keiner. Ja, hier ist niemand, aber trotzdem, ich habe welche schießen gehört. Aber wo ist hier ein Einkaufswagen? Ich habe keinen gefunden. Hm, normalerweise hier, wo ich jetzt stehe. Ah, ich habe einen. Ja, du hast einen. Juhu. Juhu. Jetzt werden wir alle nicht sterben. Juhu. Okay, jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Nach der Legende besagt, dass wir alle sterben werden. Wir wecken mit deinem Einkaufswagen. Sexy Schräge. Hast du? Ja, habe ich. Dann können wir uns immer so hoch machen und so. Ich meine, Graakor, wir könnten uns eigentlich theoretisch schon eine Base bauen, oder? Eine Base. Ja. Ich kann höchstens eine Burg bauen, aber vielleicht so mit einer Base. Das sind so eine ganz kleine, so, äh, man piekt immer so hoch und dann wieder runter und der da vorne kann ja noch nicht. Warte mal, aber alleine würde es gehen, aber das war halt ein bisschen schlimm, weil sie es wechseln, das dauert immer. Okay. Oh, hier ist auch ein Einkaufswagen. Oh mein Gott, da vorne sind welche, äh, im Nordwesten. Ich habe kein Material, die soll ich da hoch. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Einkaufen bei Lidl. Kostlos heute. Los. Nee, bei Dürr Burger. Alle zu Dürr Burger. Warte, 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 warte. Guck mal. Beim Dürr Burger, ne? Ja. Es wird immer weiter leben. Okay, ähm. Hey, ich, hey, ich sitze hier gar nicht richtig. Egal. Da, wo mein Kopfwind zeigt, da sind die Gegner. Oh, dein Heck. Moin. Okay, da, wo mein Kopfwind, äh, da. Da lang. Schneller. Schneller, Dürr Burger. Ich bin ein Wachhund. Huff, huff. Da, hinten. Warum gibst du keinen Anschwung? Ja, endlich. Nee, weil so ist man schneller. Ja, natürlich ist man schneller. Nein, wieso? Du hast doch einen Jump-Pack gegangen. Warte, da vorne hat man geschossen. Ich hab einen Jump-Pack. Da vorne, da vorne, da vorne. Bitte zu spannend. Nein. Nein. Ein. Ein. Ich bin der beste Spieler der Welt. Kann ich schon mal sagen. Boom. Nur noch zwei Versuche. Wir haben nur noch zwei Versuche. Nur wenige Minuten später. Wollen wir die Junction? Wollen wir die Junction? Oh. Ja, okay. Ich hab hier ein Loch noch probiert. Weil ich glaub, da war auch immer ein Einkaufswang. Ey, das sind mir ein bisschen zu viele Gegner, ne? Tschüss. Zerrecke. Bye. Tschüss, life of a good time. Okay, nee, land wir ein bisschen woanders, weil ich hab Angst, dass du stürzt. Ich hoffe, hier ist ein Einkaufswang. Ich kann mich einfach hier auch ein Einkaufswang schieben. Vorsichtig, da ist noch ein Gegner, ne? Genau da, wo du gerade landest. Ist er nicht? Oh Gott, lautsch, ich bin aller Marsch. Nein, er sieht mich. Meine kommt. Nein, ich komme. Und zwar nur im Raketen-Loucher. Oh nein, etwa. Großer. Mein Gott, ich spiel die ganze Zeit so ein Spielchen mit ihm. In your face, Alter. Warte, er muss weg vom Spielplatz. Ich hab grad wirklich, guck mal, weiß ich mit ihm ein Spielplatz. Ich hab, ich bin die ganze Zeit hier so im Kreis gelaufen zu. So. Und so. Oh Gott, da hast du uns. Hast du ein Sandbett oder wie bist du hier hingekommen? Äh, diese, wie heißen die, diese Portale? Drift. Ich hab gedacht, Drift, so heiß das ging. Und jetzt gehen wir zu Junction. Und dann holen wir uns den Einkaufswagen. Und dann... Sehr gut, wo sind sie eigentlich? Ach, da vorne. Hilfe! Oh nein. Äh, hallo? Lässt du mich im Stich? Du hast einen Einkaufswagen. Hilfe! Einkaufswagen. Einkaufswagen. Wollen wir mal sehen. Beim Drr Burger. Juhu. Ich hab gehört, bei Junk Junction hat jemand gesagt, wenn man was geliefert hat. Los, aber jetzt zu Junk Junction. Jetzt bin ich richtig gespannt, ob wir es schaffen haben. Mein Gott, ich hab ja erst gesehen. Nein. Oh nein. Oh nein. Ähm. Äh. Ja. Äh. Komm mal her. Wo ist der Einkaufswagen hier drin? Nein, der Einkaufswagen! Die Legende muss weitergehen. Oh sorry. Warum? Wir sind so doof! Jetzt steig ein! Warte, ich brauche hier so ein Ding. So. Guck mal, ob du welche... Ja, da ganz hinten sind welche. Einer hat uns getötet. Ey, kannst du mal vielleicht kurz ne Wand hinter uns bauen? Ah, ich bleibe schon da rum. Ich hab doch nen Rocket Launcher. Ach ne, ich soll grad sagen, ne ehrlich, äh, hiermit nennt man doch... Scheiß Burger, ehrlich. Ey, ich wollt grad sagen, äh, das geht ja nicht. Ich wollt grad sagen, lass mal mit, äh, hier Rocket Launcher, Rocket Swipe mit Einkaufswagen machen. Das geht ja nicht. Mein Gott. Ey, du hast unseren Einkaufswagen zerstört. Oh nein. Oh je, ich hab nur einen neuen gefunden. Ah, okay. Alles gut, das ist ja nicht so passiert. Alles okay, alles ist vergessen. Oh mein, okay. Oha, was war das? Ja, äh, hallo, ich, äh, brauche deine Hilfe. Oh Gott. Jetzt wird das so schlimm, ja. Nein! Oh mein Gott. Nein! Nein! Ja! Stimmt! 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 Nein! Ja! Wir haben's geschafft! Digi! Oh mein Gott. Nein! 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 Hilfe nicht! Nein! Scheiße! Mann, ich hab doch, äh, abgefahren. Ja, wir haben einen Kill! Wir haben's geschafft! 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 Oh mein Gott! Ja, wir haben's geschafft, Free Gamer! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich hab' mit dir! Aber... Second try! Nicht first try! Ja, genau! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Ich freu' mich mal! Ich auch! Juhu! Das war's mal wieder mit diesem Video! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wenn ja, lasst ein Like da! Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke! Wenn's euren Freunden, Familienmitgliedern irgendein Mensch auf dieser Welt gefallen würde, teilt das mit dem! Bis zum nächsten Teil am Freitag! Ciao! Ciao!